Untertitelung des ZDF, 2020 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 Schmeckt's? Schmeckt's? Spaghetti Eine Nacht! Wenn man trinkt, muss man auch essen. So, diese nette Bedienung hat mich gerade bedient. Ja. Wie heißt du? Anna. Das ist hier quasi der McDonalds von Hintertux. Gut, das hätten wir auch besprochen. Kurt, möchtest du noch einen Kommentar an die Kamera sprechen? Nein, im Moment nicht. Wolfgang, die alle mit ihrem Handy spielen. Hier sitzen welche von der Crew, die später spielen. Die spielen auch nur alle mit ihrem Handy. Alle spielen nur mit ihrem Handy. Kommunizieren nicht mehr miteinander. Ich nehme an, du schreibst gerade eine Nachricht an die Leute vom Innentisch, oder? Die interview ich jetzt mal, ne? Und sag, ich bin HintertuxTV. Was treibt euch in diese Truppenbude? Hunger. Einfach nur Hunger? Ein schönes Kontakt. Ein schönes Kontakt. Hat er gehabt, ja? Ja. Ist zu Ende? Nein, noch nicht, aber wir sind runtergegangen. Aber er sagt aus Hunger runtergegangen. Nein, 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 nicht aus Hunger. Nein, das war super. Nein, weil er nachher nach Hause fahren muss. Also ihr gehört gar nicht zusammen? So. Ja. Wieso musst du früher nach Hause? Sie hatten Zugverbindungen. Ja, ich will meine Freunde, die hier und ihre Nachricht kaufen. So. Okay. Gut. Vielen Dank für das Interview. Ja, bitteschön. Ich wünsche euch auch einen schönen Abend heute Abend. Kannst du das auch über eure Vision noch in MTV oder noch weiter? Nein, nein, gar nicht. Das ist mein privater Channel. So, und euch geht es auch gut? Ja. Sehr schön. Freut mich. Oh, das ist toll. Ich poste hier auf Facebook. Ich? Ich? Nein. Nein. Für diesen Ort. Ah, für diesen Ort. Okay. Woher kommen wir aus? Von Polen. Von Polen? Ja. Okay. Von Deutschland. Ja, aus Deutschland. Ah, aus Deutschland. Ja. Und du hörst du das Konzert? Nein. Wir waren da. Wir waren da. Und? Wir waren da in DJ Mox Pub. Ja, ja, ja. In Tux. Okay. Okay. Und? Ja, great. Okay. Okay, danke. Danke. Du siehst du das? Woher? Ähm. Sometimes. 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 I think. No, yes, yes, yes. I'm on Facebook. But not Facebook. YouTube. When? When? If? If? YouTube? Ja. The name is, ähm, Fede Klaus. Okay, I, I, I. Momentchen. Momentchen. Die hat jetzt einen Moment Zeit. Ja, das war mir gerade schon klar. Die beiden hören noch nicht zusammen. Die tun zwar so, als ob. Ah, Anna. Ah, it looks very well. Thank you. Kalorienreich und Nährstoffarm. Ah, kalorienreich und Nährstoffarm. Ah, kalorienreich und Nährstoffarm. Ja, klar. So, jetzt. Du kannst jetzt nicht gehen, dann mach jetzt ein Interview. So, jetzt. Er muss noch mal. Wer ist die Chefin? Sie ist die Chefin? Wer ist die Chefin? Bist du die, äh, bist du die Frontsängerin? Frontsau. Dann komm ich zu dir. Du bist, du bist Gitarrist oder was? Keyboarder. Keyboarder. Guten Appetit. Vielen Dank. Ja. So, hier ist HintertuxTV. Nee, Quatsch. Überhaupt nicht. Ähm. Ja, ich dachte nur, weil, wenn ich jetzt schon mal die Möglichkeit habe, euch zu filmen, ne? Es kann ja sein, dass ihr in zwei Jahren weltberühmt seid. Und dann habe ich exklusiv... Wir haben uns hier zurückgezogen in unseren Backstage-Bereich, eine Pizza zu essen. Und jetzt werden wir hier auch schon von der Operati belagert. Das ist schon ein bisschen... Ist scheiße, oder? Aber gut, das zeigt ja, wie bekannt ihr schon mittlerweile seid, oder? Du hast doch ja keine Ahnung, wer wir sind. Doch! Ja, du bist die Frontfrau? Oh, okay, ja klar. Bist du oder nicht? Aber dass du das fragen musst, das verrät dich leider schon. Es tut mir leid, ja. Wie gesagt, ich habe es eben gerade schon gesagt, ich bin ja Generation Blackfrust. Ja. Und ich habe schon gesagt, ich finde es eigentlich sehr gut, wenn es gut wäre. Du wirst uns ja jetzt gleich kennenlernen und dann... Ich mag Lupo zum Beispiel. Lupo, ja. Ja. Die waren nämlich vor zwei Jahren hier und ich war total geflasht von denen. Ja. Ich fand die wirklich gut. Ja. Und so haben wir auch dieses Jahr gezeigt, dass es gut geklappt hat. Und von euch habe ich auch schon gehört, ich könnte jetzt keinen Titel nennen, wie ich tut. Ja, gut. Nein, ich habe euch auch schon gehört. Ich habe auch wieder von euch schon gehört. Ich fand euch eigentlich gar nicht so schlecht. Ihr seid aber nicht direkt aus Köln, oder? Ja. Seid ihr nicht irgendwie aus Bersheim oder so? Ja, wir haben Kennzeichen dritten hoch, aber das ist nur bei meinen Eltern da, wo das Büro da sitzt. Ja. Na, okay. Also, nur vordergründig schräg. In Wirklichkeit schon Kölsch. Ja. Also, ich wohne in Ihrer Welt. Sehr schön. Ja, gut. Also, ich wünsche euch auf jeden Fall toi toi toi. Dankeschön. Vielen Dank für dieses Interview von HintertuxTV. So, und hier ist wieder HintertuxTV und jetzt mal in den Katakomben. Und wir gehen mal auf die Toilette und da kommt schon gerade ein junger Mann, der sich gerade erleichtert. Servus, servus, servus. Und hier sehen wir schon diese wunderbaren Toilettenanlagen. Der junge Mann mit dem Bad macht ordentlich Struller Mann und Söhne. Ja. Gut. Gesundheit. Gesundheit. Das ist bei HintertuxTV alles live. Live dabei. Ja, das war eh, da ist der Mann, doch geht's! 1, 2, 1, 3, 4, 5, 6, 6, 7, 8, 9, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 17, 18, 20, 21, 21, 22, 22, 22, 26, 28, 28, 29, 31, 23, 22, 22, 27, 28, 29, 31, 22, 23, 29, 22, 24, 25, 26, 27, 00, 2000, 22, 24, 26, 26, 27, 27, 28, 28, 31, 26, 28, 32, 24,ativa-S batteries, 26, 28, 39, 29, 29, 31, 29, 30, 31, 32, Sender So, jetzt wieder Hintern zum TV, wir sind mittendrin und beginne es mal zum Wesentlichen. So, hier ist die Stelle, wo Umsatz gemacht wird. Hi! Hi, muss ich was sagen? Nein, du musst nichts sagen, vielleicht fragen, ich darf fragen, wie du heißt. Ich bin die Mischa. Geht sie gut? Mir geht's gut, danke. Das ist wunderbar. Wie es läuft, umsatzmäßig gut? Kann ich gleich sagen, aber nicht gucken. Nein, ich guck nicht. Du guckst nicht, okay. Ja, ja. Ja, gut? Ja. Okay, 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 okay. Wie sieht es aus, deutsche Woche, ist das ein Highlight für euch? Ja, schon ein Highlight. Ja? Ja, das ist ein Highlight. Besser als Püsseldorf eine Woche. Ich hatte noch keine. Ach so, du hattest noch keine? Okay. Gut, danke dir. Gut, danke dir. Gut, danke dir. So, hier ist wieder Hintertux.TV, guten Morgen zusammen. Guten Morgen. Guten Morgen. Guten Morgen. Wie geht euch heute Morgen? Sehr gut, sehr gut. Wir sind zufrieden. Mitarbeiter sehr gut, ja. Ja. Was haben wir schon gemacht heute Morgen? Oh, wir haben Traumpisten abgefahren im Sonnenschein. Wir haben Frühstück bei Oschi, in der Sonne gesessen, Talabfahrt gemacht. Also, alles gut, oder? Alles Bestens. Alles Bestens. Und wir wünschen euch auch alles Gute. Ahoa. An die Dachua. Böke, commür ichaso nicht mehr mit den Gosen Shoals Freude in potentially Quest membership? Wie geht euch durch den Gosen gemacht? freedались Fious höchstabend aus dem Gsomefoß. oder hand pedestrian oder maint sind SURFUS?! Wie geht es mit Frenchم���ern? Und wir müssen sich gerade durch die Personorangen einigen. N increasesasion hier in jeder Zeit bunny-vast. Bis zum nächsten Mal.